so jetzt stehe ich hier zwischen osterhofen und hängersberg in winzer und zwar oberkünftig von winzer an der sternwarte winzer so jetzt probiere ich mal mein ganzes grafel aufzubauen auf die masthaltung bin ich schon mal drauf gefahren und jetzt geht es ans weiterbauen ok die später werden servus so liebe von freunde steht doch mal der antennenmast 11 1,5 meter und man hört schon die bayernrunde auf 27 055 usb ja bernd dann versuch du es nochmal fangt oder dich ja die statione aus 15 055 31 20 055 wer hat er ruft wir hören ihn aber hier an die quale also ich hab dich notiert bei mir hast du r4 bis 5 reg für die mike lima 22 in winzer ist irgendein fest feuerwehr fest oder weiß der geier was auf jeden fall blasmusik hier noch ein blick hier noch etwas panzer tape hier meine mobil antenne dann schauen wir doch mal rum schauen wir doch mal rum dann hört sich wieder ihren gewandt ihren gruß auf der wille jahren schon dabei und alles klar servus ja ich wünsche dir auch schönen grüß daheim bleib gesund 73 natürlich und danke für das cool so für das gespräch hat mich gefreut und wie gesagt ich kümmert mich drum sobald sobald wir was weiß mehr hermanns die woche gell also schöner sonntag noch danke und für die auch hier kommen die hier hier ados ja Das hat gestern noch ziemlich lange dauert, seitdem wir es jetzt. Okay, kurz. Ja, alles klar. Wir sind ja heimgefahren, dass wir heute einigermaßen wach sind. Am Heimweg habe ich schon gegen die Müdigkeit gekämpft, dass ich nicht einschläge. Aber das hat gerade noch gepackt. Da haben wir rechtzeitig die Kurve noch gekriegt und die hatten ja sicher noch ganz viel Spaß. Das hat uns wirklich viel Freude gemacht und das Funkertreffen ist wirklich toll organisiert. Und da kann man nur dazu aufrufen, dass im nächsten Jahr da viele hinkommen, beheiztes Zelt mit Fußboden, Feldbetten, alles war da, der auch übernachten wollte. Pommes hat es gegeben, Currywurst, alles Mögliche. Also wirklich so viel Mühe und natürlich auch Musik. Vielen, vielen Dank für den Aufwand, der da betrieben wurde. Ja, das ist schon Wahnsinn. Was der Woche. Ja, das sind ja seine Eltern, die helfen da mit. Also es ist echt super, was wird der so organisiert und der, wo muss er das ganze Zeug ja irgendwie zusammentragen. Ja, es ist echt sehr Wahnsinn, glaube ich. Nach zwei Wochen, locker zwei Wochen, wo ich jetzt der Lothar nichts mehr gehört habe. Ich meine, in Marcello, glaube ich, hat er es einmal probiert gehabt, aber das hat dann auch nicht so hingekaut. Also irgendwie die letzten zwei Wochen ist einmal jetzt wieder abkömmlich, der Lothar. Weil er hat ja extra eben den Maskenaufpalz, aber ich dachte, jetzt war er auch öfter da, aber jetzt hat man nichts mehr gehört. Weil er ist, dass irgendwas ist, keine Ahnung. Äh, ja, 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 das ist alles bereit. Ich will es mal, also, ja, ja, ich habe schon gehört nochmal für mehrere Wochen da. Vielleicht konnte ich verhoffen, dass er wieder mal aufschlacht hat. Ähm, weil ich kann auch immer da schauen, dass er wieder wieder ist. Ja, der wird schon wieder auf, der wird schon passen. Wie gesagt, vielleicht hat er andere, andere Sachen einfach auch. Ja, es ist ja nicht immer jeder irgendwie. Genauso ist das Wilfried, ja, wie gesagt, die runde Weiße, ja, dann kannst du dich begrüßen gehen. Ja, es wird nur noch schauen, aber ich wollte einen reichensten Mann aus den Planeten, sondern welche Mann Sie möchte. Ja, wollte ich nicht. Ja, ich will es nicht. Ähm, normalerweise muss man nicht mehr hören. So wie ich abkomme, ich kriege das nichts oder was, unter dem Kaffee. Ähm, Christian, Entschuldi, äh, wie schaust du auf heute bei uns zwei? Hörst du mich da hinten im, äh, im westlichen Landetal? Achtung, ein X für die Michael-Liemer 2.2. Wir sind hier an der Sternwarte in Windsor auf ca. 450 Meter. Könnte etwas klarer sein heute. Aber man kann schön sehen Richtung Süden, Südwesten bei wunderschönen Wetter. Angenehme Temperaturen. Ja genau, heute Morgen waren wir schon light geprüft oder Italien war da mit Santiago 9. Da war an normales Funken wirklich nicht mehr zu denken. Genau, wir hatten schon Kanalwechsel und so weiter. Wir waren schon zwischendurch ganz schön windelweich. Jawohl, das ist der Kanal 6 und jetzt haben wir auch den E-Mails vernommen. Genau, das ist der Kanal 6. Da kannst du mal runter schauen. Hat bestimmt ein bisschen Spaß. Jawohl, Mario. Ganz liebe Grüße in die Küche. Schön, dass dich reinmeldet. Schön, dass dich reinmeldet hat. Schön, dass dich reinmeldet hat. Schön, dass dich reinmeldet hat. Alles klar, das Limes ist im Hintergrund. Und das Mike zum Limes, bitteschön. Da hinten ist etwas der Bayerische Wald zu sehen. Da fahren wir dann das nächste Mal hin. Wunderbar, ein 11 Meter Mast mit T2LT Antenne. Ja. Das ist eine 24-Geschweine. Du kannst ja so L-50-Wehrmacht nachbauen. Die größeren Wälder hat gegeben. Diese Gio 50, das sind ja DDR-Nachbau von der Wehrmacht, Das Röhren alles sucht es damals, eins zu eins, die gibt es als, also, die heißen entweder SES 552 oder GIO 50, die russische Version, und das sind genau dieselben Röhren, mit denen ich jetzt da anarbeiten will, du weißt, was ich da habe, diese Gegendakt, das sind eins, das selben, da habe ich mir gedacht, ja Herrschaft, du brauchst ja bloß, die sind ja 12,6 Volt, du brauchst ja die Heizfilme bloß in Reihe schalten, und dann Sockel habe ich auch noch von denen, du hast das ja gesenkt, und das ist dann, also, die gehen mit 25,2 Volt, und da habe ich da das eine da, und habe ein Sascha gesagt, der soll das sagen, aber das würde er sicher gesagt haben, da kannst du entscheiden, allerdings der Schaltplan stimmt da nicht mehr, wo ich da gehe, ich habe da noch einen zweiten gemalt, ich hoffe, den hat es gekriegt, das ist ein bisschen anders, und da muss ich auch gleich was korrigieren, ich habe einen Rechenfehler da gemacht, am Abend, wie ich den gezeichnet habe, und zwar am Eingangskreis, also vom Gitter will ich da, dieser Pico-Kondensator, da habe ich Parallel an, richtig beschissen an, ich weiß auch nicht, wo die Anpassung passt, ich habe keinen Rücklauf, dementsprechend glaube ich da auch kaum, dass es da dramatisch, der irgendwie an der Anlage steht, mehr als für die Antenne 15 Grad verdreht, Günther, beim letzten Sturm, und obwohl alles hier versplindet und gesichert ist, wir hatten hier 100 Kilometer pro Stunde, vor einer Woche, wo es hier drübergefegt ist, zwei Stunden lang, und, ja, gehalten hat alles, diese Seile, die 5 Millimeter Drahtseile, haben hier den kleinen Tower doch auf dem Dach gehoben, ne, gut, äh, freut mich, da hätte ich auch jetzt hier mit meinem eigentlichen alten Call, dem Oscar Tango 7-7 Call, darbetten zu können, Günther, Mikrofon nochmal zurück. Ja, alles angekommen, wie gesagt, glaube ich, die Propagation wird ein bisschen stärker, jetzt kommt es wirklich stärker, 5 und 3, 5 und 4 hier rein, also einwandfrei, kein Problem, wie gesagt, ich habe heute nicht zu viel Zeit, normalerweise wäre ich hier auf der 2 Element Quote, aber, äh, fahre jetzt dann zu meiner Mutter zum Essen, und, äh, darum bin ich hier nur auf der Draht, dann bin ich hier auf dem 12 Meter GFK-Mast hier auf 900 Meter Seehöhe hier wie immer an einem Sonntag hier, Roger. Ja, alles klar, Roger, alles Gute, ich gebe dir da mal einen Spot rein hier in Costa, und, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, hab ich dir noch länger dort, wie ich gesehen habe, bis Oktober oder so, wir sind ja gerade zurück aus Kroatien, war wunderschön, und, äh, aber wie gesagt, das Wetter hier ist auch ganz schön heute hier in Österreich, wunderbar, alles Gute, schönen Sonntag, und, äh, noch einen schönen Aufenthalt da in, äh, Spanien, schöne Grüße hier vom Günther, äh, 35 Delta Romeo 001 Portabel hier in Österreich, alles Gute, ciao, ciao. Ja, alles klar, gut, ja, wunderbar angekommen, ist auch stärker geworden jetzt, ähm, mal auf die 5 hochgezogen, ähm, ja, bis Anfang Oktober sind wir noch da, das ist richtig, und, äh, so langsam werden die Nächte, oder sagen wir mal so, ähm, die ganz frühen Morgenstunden werden jetzt angenehmer, aber immer noch ein, äh, Utensil, äh, natürlich hier die kurzen Shorts, freier Oberkörper, ich halte es so ähnlich wie du, mehr brauche ich hier auf dem Grundstück im Moment nicht. Äh, äh, einen schönen Sonntag, verbring schöne Stunden mit der MAMF, und, äh, 73 bis zum nächsten Mal, 35 DR 001, äh, Slash Portabel, und, äh, 30-3, 077, der Roger bei Weiz. Ich bin hier alles angekommen, Roger, hab mich sehr gefreut, und, äh, wie gesagt, ja, alles Gute, und, äh, äh, Max Cota in Spanien, und, äh, bis zum nächsten Mal, 30-13, Oscar Tango 077, der Roger, der in Spanien, alles Gute, liebe Grüße da vom Günther hier aus Österreich, ciao, ciao, bis später, danke. Ja, bis später, schönen Tag, noch Zeit auf.